Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn du diesen Titel liest, dann denkst du dir vielleicht, was zur Hölle hat das mit Camping-Toon, was der jetzt da meint in dieser neuen Podcast-Folge. Also es geht um Clubhouse, neue Social-Media-Plattform, vielleicht auch für Camper. Es gibt, die schwappt gerade aus den USA hierher, eine neue Social-Media-Plattform und wie es ja so ist, als auch brutal viele Menschen, die Camping machen und die campen gehen, sind auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen. Sei es als Creator vertreten oder halt auch nur, um eine Frage zu stellen oder halt anderen zu helfen. Also Facebook, Instagram, vielleicht der ein oder andere auch auf TikTok. Aber Facebook dürfte ja so das bekannteste sein. Es gibt ja auch riesige Camping-Gruppen, wir haben ja auch eine eigene Gruppe etc. Und jetzt kommt eine neue Plattform, die heißt Clubhouse und zwar ist das eine Audio-Only-Social-Media-Plattform im weiteren Sinne. Und warum das vielleicht auch für Camper eine coole Sache sein könnte, insbesondere für euch, die ihr ja auch den Podcast hört. Darum geht es in dieser Folge. Also, was ist Clubhouse? Wie schon kurz angerissen, es ist eine neue Plattform, es ist eine Handy-App im Moment auf jeden Fall, es ist eine Smartphone-App. Im Moment ist es einfach auch noch so, die geht nur auf Apple-Endgeräten, also hier iPhone, iPad vielleicht auch noch, wenn es eine Handynummer hat, also mit Mobilfunk-Datentarif und man kommt da nur rein per Einladung. Das ist jetzt so ein bisschen künstliche Verknappung oder irgendwas oder Strategie, keine Ahnung. Es ist eine Social-Media-Plattform im weiteren Sinne, die aber rein auf Audio-Formaten basiert. Es gibt keine Bildchen, es gibt keine Texte, es gibt keine Kommentare. Es gibt einfach nur den Zugang, da kann man sich ein Profil anlegen, wer man also ist, ein Profilbild hinterlegen. Und dann gibt es sogenannte Rooms. So Rooms kann jeder erstellen. Man kann sich so ein Room erstellen. Heute, 18 Uhr, möchte ich über Thema XY reden und dann kommen da einfach Leute dazu. Dann hat man so einen Raum eröffnet und eben Interessierte sind da einfach mit dabei. Und man kann in so einem Raum letztendlich grundsätzlich festlegen, wer sprechen kann und wer nicht. Wer nicht sprechen kann, also es gibt so ein bisschen, hat so ein bisschen wie eine Bühne, könnte man das vergleichen. Und dann nimmt man die Leute hoch auf diese Bühne und dann können die ihr Mikrofon ein- und ausschalten. Hoch kommt man, indem man Handzeichen gibt und dann kann man darauf geholt werden, wenn man irgendwas zu sagen hat. Das Ganze hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch und verzwickt an, aber das dient eigentlich mehr der Übersicht und ein bisschen der Struktur. Weil wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass da 100 Leute in einem virtuellen Raum zusammenhocken und alle haben ihr Mikrofon eingeschaltet und prasseln und quappeln drauf los, dann versteht einer den anderen nicht und dann das Ganze klappt nicht. Also im Groben ist es so eine Mischung aus Podcast, Rednerbühne, Livestream, wie jetzt IGTV oder wenn man auf Facebook einen Livestream macht, aber halt einfach ohne Videobild. Oder man kann es auch so ein bisschen sehen wie Radio, wie Live-Radio, wo man sich per Schalte sozusagen mit dazu schalten kann, wenn es ein Thema ist, das einen einfach interessiert. Man kann reingehen in so einen Raum, man kann rausgehen aus dem Raum, wenn man keine Lust mehr hat, da mitzuhören. Oder wenn einem das Thema dann doch nicht interessiert und somit ist das so ein ganz, ganz frisches Netzwerk. Es ist also live, man kann aktiv mitmachen oder man kann sich halt auch nur als Zuhörer da beteiligen und halt den Themen zuhören, was die anderen darüber so erzählen, was sie für Meinungen haben etc. So und jetzt kommen wir dazu, warum Clubhouse vielleicht auch für Camper interessant sein könnte. Also ich würde sagen, es ist definitiv interessant. Im Moment ist es leider so, dass die Welle, die jetzt gerade rüberschwappt, die kommt so hauptsächlich über LinkedIn, Instagram in den deutschsprachigen Raum und somit ist halt ziemlich viel B2B und Marketing, Content Creation etc. Also jetzt nicht so das, was wir als Camper einfach nur so ein bisschen hier prabbeln und quasseln oder sonst so irgendwas. Aber dennoch hat das Ganze für Camper unheimliches Potenzial, weil es halt so ein Live-Austausch via Audio ist. Ich meine, ihr hört den Podcast und das ist so ein einseitiges Medium. Also ich nehme den Podcast auf, ihr hört ihn irgendwann an und eventuell kommt dann irgendwann mal ein Feedback zurück, wie jetzt das war oder es kommt eine Frage zurück etc. Aber es ist halt ziemlich einseitig und auch sehr, sehr stark zeitversetzen. Das Ganze ist halt bei Clubhouse live in Realtime und man kann sich halt direkt miteinander austauschen. Und da wird es jetzt richtig spannend, weil mir kommen da zum Beispiel unzählige Formate in den Sinn unter Campern. Das kann, also man muss sich das einfach so ein bisschen abstrahieren und sagen, das ist wie Radio für Camper. Das kann man sich ja machen. Man könnte ja ein Camping-Room machen, Camping-Wochenend-Talk etc., wo man einfach so ein bisschen übers Campen schnackt oder sonst so irgendwas. Also man kann Rooms machen, die wirklich themenspezifisch sind oder man kann auch einfach locker flockig beim Feierabendbierchen übers Campen schnacken. Wenn man jetzt zum Beispiel noch hingeht und nimmt Fachexperten von Firmen dazu, dann kann man ja auch so themenspezifische Dinge machen, wie was weiß ich. Heute behandeln wir mal das Thema Auflastung bei einem Wohnwagen und holen uns da jemanden von Alko zum Beispiel mit dazu, der da einem tiefergehende Antworten liefern kann. Und das Geile ist einfach, es ist einfach nicht nur wie bei einem Podcast. Also ich könnte ja auch einen Podcast dazu machen. Ich frage jetzt bei Alko an, hier habt ihr Bock auf einen Podcast, wir behandeln mal das Thema Auflastung. Dann nehmen wir den auf, ich habe meine Fragen im Kopf und dann wird das Thema abgehandelt und fertig ist. Dann ist die Person weg und wenn ihr noch eine Frage habt, dann ist es halt schlecht. Jetzt bei Clubhouse kann man ja hingehen und nimmt so einen Fachexperten wie jetzt von Alko jemanden mit dazu und sagt, okay, dann und da machen wir einen Termin. Das ist dann so ein Live-Talk. Da reden wir mal über das Auflasten von Wohnwagen oder halt auch, was gibt es für Auflastmöglichkeiten bei einem Wohnmobil? Was kann man da machen? Und dann redet man da eine halbe Stunde, Stunde redet man darüber und Leute, die zuhören, die sich für dieses Thema interessieren können, einfach nur zuhören oder wenn sie nochmal nachgreifend eine Frage haben. Wenn irgendwas unklar ist, dann können sie sofort nachfragen. Also dann ist hier Handzeichen auf dem Handy drücken, dann wird man dazu genommen und dann kann man sagen, hier, pass auf, ich habe die und die Frage, wie ist denn das, wenn ich so und so. Und dann bekommt man da hoffentlich auch eine, bis jetzt war die Erfahrung immer gut, man bekommt auch eine gute Antwort. Und somit gibt es da unzählige Formate, die man auch unter Campern in so einer Audio-Live-Schalte sich austauschen kann. Sei es eben Auflasten von Wohnwagen, Wohnmobil oder Abstützen oder sonst was. Sei es Tipps zum Wintercamping. Q&A-Frage-Session für Camping-Einsteiger, die sich jetzt gerade einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil gekauft haben oder ein Zelt und die wollen einfach mal die alten Campinghasen um Rat fragen, was braucht man, auf was muss man achten, wie sind die Abläufe etc. Und das Ganze einfach so in live und realtime. Kann man da verschiedene Formate machen oder sei es auch nur sonntagsabends das gemütliche Camping-Ausklangs-Miteinander-Sprechen. Camping-Ausklangs-Talk habe ich es genannt. Und das ist einfach so geil und ich kann mir da vorstellen, dass das richtig Potenzial hat, auch unter uns Campern da irgendwie so eine Community zu schaffen, wo man sich einfach mit anderen Campern nochmal ganz anders vernetzt, wie jetzt zum Beispiel so halbanonym auf Facebook, wo man dann irgendwo kommentiert, dann sind da 500 Kommentare, 240 davon hat man nicht gelesen, 100 Stück sind am Thema vorbei und das ist bei Clubhouse ist das im Moment ganz, ganz anders, weil das eine extrem hohe Qualität an Antworten, an Themen, die da abgeliefert werden. Das ist richtig, richtig klasse. Also deswegen bin ich da echt gespannt. Ich bin schon bei Clubhouse mit drin und habe heute einen Talk mitgemacht über einen Podcast, ob Clubhouse und Podcasting, ob sich das so kannibalisiert, war mega interessant, super viel gelernt wieder und super viele Insights, mega sympathisch, alle Leute dort und hat mega Spaß gemacht. War so eine ganz, ganz lockere Talkrunde einfach. Und du redest mit den Leuten, als würdest du sie schon eine ganze Weile kennen, obwohl du sie nur virtuell kennst, vielleicht aus einer Facebook-Gruppe oder so und das ist echt super genial. Und ich glaube, da gibt es einfach mega viele Themen oder Community-Sachen, die wir als Camper auch nutzen können, die wir uns da vielleicht als Camper auch zu Hilfe gegenseitig nehmen können. Sei es über Campingplätze einfach mal zu quatschen oder sonst irgendwas oder wie ihr eure Reise plant, was gibt es für Fallstricke, was ist euch schon passiert. Also gibt es unzählige Formate und ich glaube, das ist eine richtig, richtig geile Plattform, die da gerade rüberkommt. Von dem her solltet ihr das vielleicht einfach mal auf dem Schirm haben. Die App heißt Clubhouse. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Es gibt halt leider einen großen Haken an der Sache im Moment und das, also vorneweg, Clubhouse ist kostenlos. Es gibt keine kostenpflichtige Mitgliedschaft. Das ist einfach eine Social-Media-App, die auf Audio basiert, wo man sich halt mit anderen austauscht. Also kostet nichts. Kann man sich so runterladen und man muss auch keine Mitgliedergebühr oder sowas zahlen zum Stand heute auf jeden Fall mal. Im Moment ist es einfach so und das ist der Haken an der Sache, diese App gibt es, wie eingangs erwähnt, aktuell nur für iOS, also für ein iPhone, für ein iPad. Vielleicht auch noch, wenn man eine mobile Karte drin hat, aber auch nicht für ein Mac. Also wirklich nur iOS-Geräte und man kommt auch nur schnell rein, wenn man eingeladen wird. Alternativ kann man hingehen und sich auf eine Warteliste setzen und sobald jemand, also man muss sich mit seiner Handynummer registrieren, wie bei vielen Apps das ja mittlerweile ist, sei es WhatsApp oder sei es Telegram, wenn man auf dieser Warteliste dann drauf sitzt mit seiner Nummer und jemand von euch, jemand Bekanntes, ein Bekannter von euch, hat euch in seinem iPhone eingespeichert als Kontakt und der geht jetzt in Clubhouse rein, wird dort Mitglied und sieht dann, dann bekommt er eine Mitteilung und sieht, ah okay, der Werner, die Heidi, die Melanie, die sind alle auf der Warteliste, die würden da auch gerne reinkommen, schickt denen doch eine Einladung und die bekommt dann eine Benachrichtigung. Jeder, der in Clubhouse Mitglied wird, hat zwei Einlademöglichkeiten, also zwei Einladetickets sozusagen, von dem her ist das eine recht kurzweilige Sache, bis da alle möglichen Leute drin sind, also die Community wächst stetig. Aber das sind so im Moment noch so ein bisschen die Hürden, das macht das Ganze so ein bisschen pseudo-exklusiv, würde ich sagen, ist jetzt, wenn man es einfach so nutzen will, natürlich ein bisschen uncool, insbesondere weil es halt nur für Apple-Geräte geht, das hat aber anscheinend, wie ich gehört habe, mit der Entwicklung zu tun und die wollten auch einfach nicht zu schnell alles auf alle loslassen, weil natürlich unheimlich viele Menschen Android-Handys haben und wenn die jetzt das Öffnen für Android dann ist da halt ein Mega-Run und ist meine Mutmaßung, da würden wahrscheinlich die Server zusammenbrechen, etc. Baby, und dann wäre er auf Feierabend. Aber eben, ich finde das selber mega, mega spannend, aus zweierlei Hinsicht, zum einen halt hier, ich als Podcaster sowieso, als Podcast-Consultant, dann noch mehr, aber halt auch, ich adaptiere das dann gleich auf das Thema Camping, finde ich das mega spannend, wenn man da irgendwie so eine Camping-Truppe irgendwie dann mit der Zeit irgendwie zusammenbekommt, um da diverse Camping-Themen zu bequatschen und sich da gegenseitig auszutauschen. Es gibt auch keinerlei Aufzeichnungen irgendwie, dass es automatisch aufgezeichnet wird, es darf auch gar nicht aufgezeichnet werden, also das ist wie so ein, ja wie so ein, wie wenn man Radio hört, aber themenbezogen, was einen interessiert, wenn es einen nicht interessiert, geht man wieder raus, wenn es einen interessiert, dann bleibt man drinnen, wenn man was zu sagen hat, dann kann man sich melden und dann kann man da mitquatschen. Also es ist mega, mega spannend und ich sehe da mega Potenzial und habe da Bock drauf und würde mich freuen, wenn es da irgendwie was in die Richtung Camping gibt, wenn da einfach mehr Camper reinkommen. Ich habe mal geschaut, wenn ich das Stichwort Camping eingebe in der App, dann ist das noch ziemlich mau, wahrscheinlich eben, weil jetzt erstmal so dieser ganze Marketing-Hype erstmal rennt, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine coole Sache ist einfach und ich würde mich freuen, wenn es mehr Camper gibt, die in diese App da irgendwie reinkommen. Deswegen mache ich auch diese Podcast-Folge dazu, hat nichts mit dem Thema Camping zu tun, gar nichts, aber ich glaube, ich finde das, ja, ich glaube einfach, das ist eine coole Sache, wie man mit Campern immer in einem ganz anderen Austausch sein kann, mit Campern, die man irgendwie übers Netz kennengelernt hat und sich da einfach, ja, per Ton, per Audio, live miteinander quatschen kann, austauschen kann, in so einer kleinen, ja, in einem virtuellen Hock, sozusagen, also von dem her, schaut euch das mal an, die App heißt Clubhouse, gibt es im Moment leider nur für iOS, ich hoffe, die kommt auch bald für Android raus, damit das noch mehr werden, aber schaut es euch unbedingt an, ist eine coole Sache und ja, wer weiß, vielleicht haben wir bald hier so Camping Sunday, Camping Sonntag, Camping Ausklangstalk oder Camping Frühstück, irgendwie sowas, keine Ahnung, gibt da so viele Möglichkeiten, ich würde mich freuen, da den einen oder anderen finden zu dürfen, wenn ihr reinkommt und dann könnt ihr mich gerne hier adden als Follow und dann sieht man das ja, könnt man dann auch gerne irgendwie schreiben, halt hier, ich komme über den Camping Podcast, coole Sache, freut mich, etc. Also, das war es für diese Folge, man hat überhaupt nichts mit Camping an sich zu tun, es ist einfach so eine Weiterentwicklung, wie es mit Social Media weitergeht, weil ja, Facebook und Co., das ist ja immer so eine Sache und für euch als Podcast-Hörer, ihr mögt ja eh auch so ein bisschen Audio, ist das, glaube ich, einfach eine super, super coole Sache, um da in diesem Audio-Format noch ein bisschen weiter zu gehen, anstatt immer nur irgendwelche Beiträge lesen zu müssen. Also, dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.